Gib mir deine Kohle. Ich hab nur 5 Euro. Dann gib's Kloppe. Lass ihn in Ruhe. Da verklopp ich eben dich. Versprich mir, dass du dich nicht mehr unterkriegen lässt. Okay. Der Junge arbeitet jetzt an einer Brücke. Aua! Lass ihn doch mal in Ruhe, er hat dir nichts getan. Hört auf, euch zu streiten. Okay, kein Grund, gleich auszurasten. Fritz, lässt du dich immer noch ärgern? Ab jetzt nicht mehr. Tina und Fritz wären Freunde. Fritz lässt sich jetzt nicht mehr ärgern. Bam! Untertitelung des ZDF, 2020